Seitlich zu schütteln durch. Und jetzt. Und weiter machen. Ja, mal gut. Ja, seitlich. Seitlich sein. Super. Hup. 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 Dann greifst du direkt zum Boden aus dem Griff. Am Ende. Mach mal. Genau. So kommt immer der Split Step. Guck mal. Mit dem Schläger nach hinten. Der Schläger geht dahin. Der Schläger gleicht zum Boden. Okay. Runter geht. Vorne den Ball triff. Lass mal den Kuss hier. Ne, den anderen. Genau. Hier vorne trifft. Und jetzt kannst du bis zu langen Kanten nach vorne. Und jetzt auch fangen wir am Herzen. Am Herzen. Das ist zwei. Und das ist drei. Vorne, vorne, vorne. Bleib bei meinem Schläger dran. Schläger. Schläger. Schläger machen. Und ausschieben. Auge. Das Auge muss von der Kamera nach vorne kaputt kommen. Jetzt guckt es nach vorne. Nicht hier hin. Und dann da. Na. Und da. Ja. Vor. Super. Und. Und nach vorne. Und. Und nach vorne. Bleiben länger nach vorne. Split step. Split step. Aus holen. Ja. Und. Und. An zur Seite. Und vor. Genau. Split step. Ne. Genau. Anwerfen den Ball. Und schlagen. Und wieder rückwärts. Hopp. Drehen. Laufen. Schlagen. Gut. Hopp. Schlagen. Und. Überkreuz zurück. Split step. Genau. Und. Und lauf raus. Genau. Zack. Schlagen. Überkreuz zurück. Genau. Gut. Vorne. Super. Und. Super. Und mal aus. Genau. Genau so. Ja. Genau. Und noch mal. Hopp. Zeig mir die Schulter. Und schwing. Und. Zeig mir die Schulter. Und schwing. Und. Zeig mir die Schulter. Und schwing. Sehr. Hopp. Richtig durch die Beine immer lassen. Nochmal. Und Vorhand wieder. Komm. Hand. Vorhand. Schläger hinlegen schnell. Ball fangen mit einer Hand. Und werfen mit. Aber genau. So schnell. So weit du kannst. Mach nichts. Und hopp. Vorhand. Zieh durch. Hopp.